Ach, die kleinen Pimmelsteine wieder. Nein! Oh, oh, oh. Halt dich fest. Nein! Gerinnt! Und wenn er geht, dann geht nur ein Teil von ihm und der andere... Bleibt er eigentlich? Megawolle, ne? Ja, hoch. Ach, du bist dort? Hä? Am Friedhof? Ja. Oh, das war ärgerlich. Ich bin richtig tief gefallen eben. Und dann gerade nochmal. Also, Zex, wenn du was für die Nerven suchst, hol dir das Spiel. Hol dir das Spiel. Ohne Scheiß. Es macht Spaß, ja, aber es muss dir bewusst sein, es geht an die Nerven. Es geht an die Nerven. Du kannst halt in einem Moment ganz weit oben sein und im nächsten Moment bist du wieder am Anfang, ne? Ja. Ach, Onkel Tuka. Vogel, wie geht's dir? Das ist eine schöne Stelle, die hab ich auch oft gesehen. Die ist schön, ja. Ja, das ist eine richtig schöne Stelle. Ja. Die hab ich gemocht. Das riecht den Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Ich bin wieder am Dixi-Clo hier, ja. Das ist das da. Gut, dass ich eben nochmal kurz war, sonst müsste ich direkt wieder... Ach, jetzt muss ich ja... Der Hund, alles wo wir waren, da komm ich jetzt nochmal hin, ne? Ja, das blendende Licht. Das blendende Licht, ja. Die schmalen Stücke. Ach, nee, ey. Kannst du schnell speichern? Was? Wie? Das ist nicht euer Ernst. Kann man im Dixi-Clo speichern? Kann ich mal probieren. Goldstern, dankeschön, äh... Ja, es geht weiter. Dankeschön für, ähm, elf Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wie, ja, klar. Was seid ihr für... Jetzt mal ohne Scheiß. Endlich nix sauergrößig. Was seid ihr für... Warum sagt mir das denn... Ja, dann nimmst du auch mit. Nee, ich will runter. So, Dixi. Na, Geri! Ich, warum höre ich überhaupt auf den Chat? Warum? So unkonzentriert direkt wieder. Ach, nirgends. Ich finde auch, du bist gerade sehr unkonzentriert. Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Könntest dich ruhig mal ein bisschen zusammenreißen. Ich meine, die gucken ja auch Leute zu, ne? Ja. Ja, 310 Leute gucken. Ja. Ja. Tatsächlich, und? Und dann so ein Mumpitz, ne? So, da ist es Dixi-Klo. Was muss ich jetzt hier machen? E drücken. Verpackt. Ihr habt mich verarscht, ne? Geht gar nicht, ne? Hm. Ihr habt mich jetzt echt verarscht. Warum macht ihr das mit alten Männern? Weil deine Cap die gleiche Haarfarbe, äh, die gleiche Farbe hat wie das Klo. Ey, warum, warum, wieso ist man so? Jetzt mal ehrlich. Ich bin immer nett, freundlich, zuvorkommen, zu euch, einfühlsam. Und ich hab diesmal nichts damit zu tun. Du hast auch Ja gesagt. Ja, ich hab Ja gesagt. Weil es hätte ja sein können, wenn der Chat das sagt, dann werden die ja wohl recht haben. Ach so, auf einmal. Ich vertraue dem Chat. Hm. Ich vertraue ja nichts mehr. Hallo? Ach, vielleicht war es auch F anstatt E. Ich geh nicht nochmal zurück. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das ist gut, der Arnie. Das ist gut. Dass du nicht dabei warst. Das ist sehr gut. F war Hupen. Was war? F war Hupen? Ich geh euch gleich Hupen, ey. Huh. Okay. So. Aber es ist ja immer schön, wenn man sich auskennt, ne? Ja. Also wenn man schon mal was gelaufen ist, die Strecke. Ich bin die Strecke jetzt schon mal ein paar Mal gelaufen, ja. So, okay. Ab zum Haus. Ach, diese kleinen Steine wieder. Kommt mir auch viel kleiner vor als... Als was? Als vorhin. Viel kleiner. Oh, das ist ärgerlich. Oh, jetzt bist du ja wieder da. Also das ist schon hart. Also das würde mich schon ärgern jetzt. Kann ich dir mal was fragen? Warum bist du eigentlich im TS? Du hast mich dazu eingeladen. Richtig. Und warum habe ich dich eingeladen? Das weiß ich auch nicht. Ich habe dir gesagt, dass das eine schlechte Idee ist. Um mich moralisch zu unterstützen. Ne, das hast du nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich werde es dir so schwer wie möglich machen. Und du hast zugestimmt und hast gesagt, ja, hältst du für eine gute Idee. Komm, lauf. Wusch. Zeit rennt. Was für eine Zeit? Es rennt gar keine Zeit. Och nee, ey. Ihr warst doch schon fünf Mal. Oh, guck mal. Der ist Dale, sein Wohnwagen. Kannst du aufhören? Schön. Gerrit und Vitti nach dem Stream wieder Single. Hier ist die schönste Stelle. Ja, das stimmt. So, wieder rein. Ich bin auch sehr gemocht. Vor allem in diesen roten Waggon. Ja. Wieder rein in das Puffding. Der Tixi-Klo. Hier ist wieder Tixi-Klo. Boah. Ich bin auch sehr. Ich bin auch sehr wehr. Ich bin auch sehr. Für die Tixi-Klo. Ich bin auch sehr. Ich bin auch sehr gemocht. So, willst du dich nochmal speichern? Nepper grüßt dich. Up and Down spielen. Matrizin, Dankeschön für das Subgeschenk. An das Dixi-Klo. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Haben wir nicht noch Bagger oder so hier auf Twitch als Twitch-Namen? Hm? Oder das rote Abteil oder was? Junge. Bitte, jetzt lass mich das schaffen. Bist du angekommen? Jetzt gleich bin ich da. Ich muss wieder die Treppen hoch. Matrizin, warum bist du so? Matrizin, Dankeschön für das Subgeschenk an. Speichern nicht vergessen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. What is? Nix. Schön. What is schön? Ja, schön. Mach's da toll. Guck mal, jetzt, da sind sie wieder. Kleine Steine. Da sind wir die, gleich. Nein. Nein, das war es. Das war's für mich. Das, 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 das war's für mich. Das, 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 nee, nein. Gar nicht, nicht mehr nervlich. Das krieg ich nicht mehr hin. Nein. Matrizin, Dankeschön. Ach, hab ich schon gesagt. Ach, guck mal, dann bist du auch wieder beim Zug. Sein Mädchen grüßt dich. Paul schlaf gut. Gibst du denn jetzt schon auf, oder? Wirklich keine Geduld. Guck mal, wo ich bin. Ja, aber das kennst du doch alles schon. Das geht doch ruckzuck. Das ist doch schnipp, wipp, wipp. Das ist doch ein kleines Hü und ein kleines Hut. Sehen wir den Elefanten jetzt nochmal? Ja. Ja. Hey, ich versuche ihn zu motivieren. Ich kann jetzt auch sagen, oh, wie grottig. Guck mal, ist am Ende des Zugs wie er angelangt. Total hoffnungslos alles. Ich sag, nee, komm, zapp. Der, 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 der soll ich. Kann doch nicht sein, jetzt mal ohne Flachs. Warum? Guck mal, wie weit ich jetzt wieder... Du bist halt am Anfang. Ja, relativ, ne? Ich muss... Guck mal, mir sind sogar die Schienen erst noch. Ja, du bist nach den Rohren. Ach, da sitzt ein Hund. Guck mal. Guck mal, den hast du vorhin nicht gesehen. Guck mal, die gibt Pfötchen. Schau. Och, Herr. Guck mal. Schön. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich schlagen muss. Heißt die nicht so? Heißt die nicht Schienen oder waren das... Hier sind die Schienen. Ach, hier die Körper, okay. Wie hieß das, das eine Spiel, was auch so ätzend war? Alt-F4, ne? Oder? Hieß das so mit diesem Ritter? Das... Ey, weißt du was? Lieber Chat. Was haltet ihr davon? Wenn wir morgen... Morgen... ...einen Contest machen. Sie und ich. Wer am weitesten kommt, in zwei Stunden, in Alt- und F4. Oh, das hast du ja schon gespielt. Aber nur fünf Minuten hab ich ausgemacht, weil es mich angekotzt hat. Oh, come on. Come on, das ist doch schon wieder... Da stinkt's doch schon wieder zum Himmel. Du kennst das doch. Ich hab's fünf Minuten gespielt, wenn überhaupt. Nur fünf Minuten sind bei dir 50. Zeig mal da gleich in deiner Steam-Library. Bitte? Alt- und F4? Ja. Ja, ist echt so blatt. Also das Alt- und F4 ist uff. Ist echt uff. Ja, ist ja noch nicht veröffentlicht, ist ja klar. Sieben Minuten Spielzeit. Hab ich's ausgemacht. Mit was hast du's gespielt? Äh, Controller. Ja, geht's da schon wieder los mit dem Cheaten. Ach, guck mal, ich bin grad erst mal bei den Cheaten. Und so weit bin ich runtergefallen. Kann man mit dem Ding hier auch fahren? Du hast das doch gemacht, ne? Ja. Und das war doch dann verbackt, ne? Das ist so, was du alles weißt. Ach, vorhin nicht gewusst, ne? Na, du bist seriös. Gibt es schon? Wirklich? Gibt's wirklich? Ja, das ist zu leichtsinnig, ja. Ja. Es gibt einen zweiten Teil. Voll Bock auf Monopoly? Ne, ich gerade nicht. Roten grüß dich. Gerade so im Moment nicht. Ich bekomme jetzt noch eine Runde Siedler. Nee. Kein Risiko. Nein, nein. Auch kein Risiko, nein. Uh, uh. Aber ist echt gut gemacht. Warum ist das da eingezäunt? Also eingemauert, die Wohlhabenden, sag ich mal. Da vorne sind alles Zelte, oder was ist das? Da steckt ja auch eine Story dahinter, ne? Es geht ja auch darum, dass du als der Junge irgendwie entkommst. Deswegen, ähm, die Stimme versucht dich ja auch immer so ein bisschen davon abzuhalten. Es gibt ja auch ganz viele Schilder, die sagen, du sollst umdrehen oder den falschen Weg gehen. Genau wie die Zeichnung hier, ne, von dem Jungen. Ja, ich glaube, du versuchst halt da zu entkommen, aus dem ganzen hier Lärsch. Hier ist wieder Fanti. Ja, Fanti. Ach, hallo Fanti. Ja, ich glaube, du versuchst. Da sehe ich Gerrit im 24-Stunden-Stream. Wo, hier? Ne. Boah, da wirst du bekloppt. Ich glaube, das ist echt hart. Ja. Weil du hast ja auch irgendwann die Konzentration nicht mehr. Vor allem, wenn du dann mal gefallen bist. Richtig. Und irgendwann, glaube ich, hast du auch gar keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, das ist aber auch nicht so, wo du Bock hast, 24 Stunden zuzugucken. Ne. Ha! Alte vier Multistream. Bis das geschafft wird. What? Oh, ich muss meine Tür zumachen. Ich habe hier eine Mücke. Ja. Ach nee, der Scheiß jetzt. Oh, nein. Nein. Ach, leck mich. Leck mich am Arsch. Ich habe kein Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe kein Bock mehr. Ich habe kein Bock mehr. Ich habe kein Bock mehr. Ja.